Wir sind uns sicher, Cracker sind der Trend des Jahres. Und das ist mein Lieblingsrezept. Für den Cracker braucht man Maisgries, geschälte Mandeln, Mehl, Geienpfeffer und Salz. Das Backpapier mit Wasser besprühen. Crispy Backschablonen drauflegen und Cracker-Mischung gleichmässig verteilen. Und wichtig, am Schluss noch einmal mit Wasser besprühen. Und zwar richtig. Nach dem Backen gut auskühlen lassen. Die Erbsen für eine Minute im Salzwasser blanchieren und dann im Eiswasser abschrecken. So bleibt die schöne grüne Farbe und v.a. die wertvolle Vitamine erhalten. Die Erbsen mit Wasser und Öl pürieren. Die Zitronenschale darunter mischen und würzen. Die Gravette beidseitig mit Öl anbraten und abschmecken. Die Erbsen mit Wasser und Öl anbraten und abschmecken. Die Gäste. Lausende. Die Gäste.